Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Dienstagnachmittag. Ja, wo steckt denn das schöne warme Frühlingswetter? Der April 2021 ist bisher deutlich unterkühlt und auch zu trocken. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wann kommt denn endlich die Frühlingswärme zu uns nach Deutschland? Und diese Frage versuchen wir in diesem Wettervideo zu beantworten. Und wahrscheinlich wird die Antwort nicht jedem gefallen. Und am Schluss des Wettervideos ein Blick auf einen aktuellen Monstersturm. Und der bringt Spitzenböen bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Doch dazu wie gesagt am Ende von diesem Wettervideo mehr. Der aktuelle Strömungsfilm, der zeigt sehr schön, ab Donnerstag kommt schon wieder sehr kühle Luft. Hier aus Nordwesten zu uns nach Deutschland gezogen. Und zwar zwischen diesem neuen Hoch hier und diesem Tief. Eine ähnliche Wetterlage wie schon seit Tagen. Dann strömt hier aus Nordwesten die kühle Luft schon wieder zu uns nach Deutschland. Die Temperaturen sacken in den Keller. Und am Mittwochabend kann es stellenweise sogar einzelne Gewitter geben. Der Luftmassenströmungsfilm, der zeigt schön, die warmen Luftmassen in 1500 Metern Höhe. Die würden es zwar gerne mal versuchen, kommen aber nicht wirklich zu uns nach Deutschland voran. Und dann kommt eben ab Mittwochabend, ab Donnerstag hier aus Nordwesten schon wieder die nächste Kaltluft zu uns nach Deutschland geströmt. Und so kann das natürlich nichts werden mit beständigem, warmen Frühlingswetter. Ja, und das ist die Bilanz bisher im April. Die ersten 19 Tage eine mittlere Temperatur von 4,9 Grad. Und das ist 1,7 Grad unter dem Klimamittel auf die ersten 19 Tage bezogen. Und der Durchschnitt des gesamten Monat Aprils liegt bei 7,4 Grad nach dem alten Klimamittel und bei 9,0 Grad nach dem neuen Klimamittel. Wahrscheinlich wird der April am Ende 5,5 bis 6,5 Grad haben im Mittel. Wird also sogar noch unter dem alten Klimamittel landen. Und das gibt es ja nicht wirklich oft, dass ein Monat mal kälter ist als das alte Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Wir schauen auf die Niederschläge. Bisher gab es 26 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und das sind gerade mal 47 Prozent vom langjährigen Klimamittel. Und wir gucken danach auch mal, wie viel fällt denn noch bis Ende des Monats. Und stellen fest, das wird wahrscheinlich auch ein sehr trockener Monat werden. Beim Sonnenschein gab es bisher 86 Sonnenstunden. Und damit ist das Klimamittel zu 56 Prozent erfüllt. Der nächste Film zeigt die Temperaturabweichungen der kommenden 14 Tage. Und zwar in der Höhe von 1500 Metern Höhe. Da kann man sehr schön sehen, ist es dort in den nächsten Tagen zu kalt, blaue Farben oder zu warm, rote Farben. Und ich lasse den Film mal laufen. Und wir sehen, ab Mittwoch dominiert die Farbe Blau bei uns über Deutschland. Das ist hier zu finden. Immer wieder zu kalte Luftmassen für die aktuelle Jahreszeit, die uns hier streifen bzw. überdecken. Und auch die letzte Aprilwoche ist eher blau gefärbt. Und dann kommt der Start in den Mai und es wird noch kälter in 1500 Metern Höhe. Also kalte Luftmassen bestimmen das Wetter bis zum Monatsende und auch zum Start in den Mai hinein. Wir schauen uns den gleichen Film nochmal an für die Temperaturanomalien unten am Erdboden in zwei Metern Höhe. Und auch hier sehen wir die Farbe Blau dominiert. Die nächsten Tage werden insgesamt immer zu kühl sein. Und besonders zum Start in den Mai, den erreichen wir gleich hier, viel Blau auf der Karte. Gleich kommt es hier reingezogen. Also auch der Maistart, hier sehen wir es sehr schön, wird unterkühlt ausfallen. Zumindest nach der aktuellen Wetterprognose. Ja und nun, wie versprochen, der Blick noch auf Niederschlag Summen und zwar bis Anfang Mai. Und da sieht man sehr schön, bis Ende April fällt da relativ wenig bei uns vom Himmel. Teilweise unter 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und erst Anfang Mai, da könnte es dann besonders hier im süddeutschen Raum, aber auch in der Mitte Deutschlands mal ein bisschen nasser werden. Da sind dann auch mal kräftigere Niederschlagsignale mit dabei. Aber das heißt eben auch, es gibt wahrscheinlich einen eher kalten und nassen Start in den Mai 2021. Während der April sehr wahrscheinlich deutlich zu trocken enden wird. Und das ist natürlich sehr schlecht. Der März ist bereits zu trocken geendet. Es gab 15 Prozent weniger an Niederschlag. Und jetzt könnte auch der April als zweiter Frühlingsmord in Folge zu trocken enden. Und die Prognose sieht insgesamt für den Mai auch einen leicht zu trockenen Frühlingsmonat. Wir gucken uns mal die verschiedenen Städtewetterprognosen an. Beginnen wir mit Emden. Insgesamt eigentlich relativ freundlich. Immer wieder scheint die Sonne, aber die Temperaturen, die fahren Achterbahn. Anfangs über 15 Grad, dann geht es runter auf unter 10 Grad, dann geht es wieder rauf. Nachts teilweise auch mal Temperaturen nahe 0 Grad. Also ziemlich unterkühlt für die aktuelle Jahreszeit. Ein ähnliches Bild auch im Osten Deutschlands. Hier ist Magdeburg zu sehen. Die Temperaturen zunächst so 17, 18 Grad. Aber dann auch hier der Temperaturknick zum Donnerstag. Temperaturen gerade mal noch über 10 Grad. Und nachts immer wieder Temperaturen nahe 0 Grad. Also der Frost lässt einfach nicht locker, verbreitet hier bei diesen 2 Meter Temperaturen von knapp über 0 Grad. Auch Bodenfrost weiterhin ein Thema. Also nichts mit empfindlichen Pflanzen aussetzen für unsere Hobbygärtner. Da heißt es weiterhin noch abwarten. Und wir gucken mal in Westen, Südwesten nach Saarbrücken. Da wird das kommende Wochenende richtig schön werden. Temperaturen am Samstag bis 17 Grad. Am Sonntag bis zu 20 Grad. Aber auch hier erkennt man sehr schön diese Achterbahnfahrt. Aktuell schon Temperaturen 16 bis 18 Grad. Dann am Donnerstag wieder kühler. Und das Rauf und Runter geht auch in Saarbrücken weiter. Und der Blick in den Süden nach Ulm. Auch hier das Rauf und Runter in diesem April. So richtig warm, beständig warm, will es einfach nicht werden. Und auch dort sieht man sehr schön, die Temperaturen rutschen nachts immer wieder Richtung 0 Grad Marke oder sogar da runter. Der Blick auf die Ensemble-Vorsage, besonders auffällig für den Westen Deutschlands. Bis zum 26. und 27. April fällt so gut wie kein Niederschlag. Es geht trocken weiter. Erst danach gibt es geringe Niederschlagssignale. Bei den Temperaturen in 2 Metern Höhe, anfangs um die 15 bis 17 Grad. Dann ab Donnerstag der Temperaturabsturz auf gerade mal noch 10 Grad. Und danach dümpelt das Ganze so weiter. Die mittlere Temperatur ist die rote Kurve. Meist so um 12 bis 14 Grad am Tag. Mehr ist da nicht zu erwarten. Einzelne Ausreißer mal ein bisschen weiter nach oben. 20 bis 25 Grad. Aber das sind gerade mal 2 bis 3 Berechnungsläufe. Von insgesamt über 30 Berechnungsläufen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es warm wird zum Monatsanfang im Mai, ist da sehr, sehr unwahrscheinlich. Das Mittel liegt deutlich tiefer, so unter 15 Grad. Und wir gucken nochmal in den Süden Deutschlands, auch bis zum 6. Mai, auf die 2 Meter Temperatur. Und auch dort ein ähnliches Bild. Zunächst mildere Temperaturen bis zu 15, 16 Grad zum Donnerstag kühler. Und dann dümpelt das Ganze auch hier so um die 12 bis 14 Grad rum als Tageshöchstwerte. Und das dann wirklich bis Anfang Mai. Zunächst kaum Niederschlagssignale, auch hier im Süden. Und ab dem 27. April, da könnte es dann hier und da im Süden auch mal ein paar leichte Niederschlagssignale geben. Wir können also festhalten, die aktuelle Prognose sieht bis zum Monatsende und auch zum Start in den Mai kein beständig warmes Frühlingswetter. Die Temperaturen dümpeln eher weit unten abgeschlagen herum. Immer wieder fluten uns die kalten Luftmassen. Dieser Spätwinter hat in diesem Jahr wirklich einen sehr, sehr langen Atem. Aber wir wollen uns nicht beklagen, woanders ist das Wetter viel extremer, viel heftiger. Wir gucken mal Richtung Philippinen. Da liegt direkt vor der Haustür dieser Rekordtaifun. Das würde einem Hurricane der Stufe 5 aktuell entsprechen. Da gibt es Spitzenböen bis zu 306 Kilometer pro Stunde und mittlere Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometer pro Stunde. Und noch nie hat es so einen starken Taifun im Monat April gegeben. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung also schon wieder ein Rekordwetterereignis. Aber immerhin, die Philippinen haben Glück. Das ist die Lage heute am Dienstag und das hier ist die Lage morgen am Mittwoch. Er streift nur an den Philippinen vorbei und zieht dann weiter. Trotzdem muss man sehr wahrscheinlich auf den Philippinen mit viel Wind rechnen und auch mit kräftigem Regen und teilweise auch mit einigen Flutwellen, also mit Überflutungen. Doch das größte Stück von diesem Taifun zieht Gott sei Dank an den Philippinen vorbei. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Dienstagnachmittag.